So, weiter geht's, weiter geht's. Hier haben wir nochmal einen, letzte CD von hier, K.I.Z. Hurra, die Welt gut unter. Das war jetzt, glaube ich, das letzte Album, was K.I.Z. sozusagen gemacht hatte. Ja, fand ich nicht ganz so cool. Ich habe früher ein bisschen K.I.Z. gehört, dadurch, dass meine Brüder halt Rap gehört haben. Aber, ich weiß nicht, so ganz wie die alten Sachen war es halt doch nicht. Und, ja, es gibt ein paar coole Sachen. Ich habe es immer noch auf dem MP3-Player mit drauf. Kommt immer zwischendrin mal ein Lied. Manchmal skippe ich es einfach, weil ich es nicht mehr hören kann. Aber es gibt schon ein paar coole Sachen. Also, Käfigbett finde ich ziemlich nice. Hurra, die Welt geht unter. Da habe ich halt rauf und runter im Radio gehört. Deshalb ist es nicht mehr ganz so in meinem Kopf, dass ich das nochmal hören möchte. Aber es sind auf jeden Fall ein paar coole Sachen dabei. Wer K.I.Z. hört, weiß, was da drauf ist. Wenn ich nicht, bla.